Hallo und willkommen zurück meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Ja, nachdem ja letztes Mal das Spiel, die leider mitten drin abgestürzt ist, gibt es einiges an Sachen, die wir nochmal machen müssen. Wie zum Beispiel hier die Dinger einrichten. Dafür werden noch zwei Rockkoffer und zwei Cabinets gebraucht. Lassen wir die erst mal herstellen. Und ja, der Siege ist auch immer noch unterwegs. Wie sieht es hier aus? Hier ist geleert. Das heißt, wir können hier wieder channeln. So. Da wurde ein Masterpiece gekocht. Das ist gut. So, jetzt da die Sachen alle fertig sind. Ich weiß gerade noch nicht. Ich glaube, ich habe aus Versehen Türen verbaut. Ich brauche eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht. Ja, ich brauche noch zwei Türen. Das finden wir aber gleich raus. Eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht. Ja. Also gebe ich die mal direkt hier im Auftrag. Oktober, Oktober, so. So, hier wird fleißig gechannelt. So, dann können wir hier schon mal weiter Betten platzieren. und Cabinets und Koffer so 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 Wie viele Schlafzimmer haben wir hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5 sind das immer? 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 10 also 50 Schlafzimmer hier die ich dann auch noch den ganzen Soldaten wegnehmen muss. So, Türen so 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 Mir fällt gerade so ein, ich könnte auch meinem General hier sein, Reich einrichten. So, aber erstmal kümmern wir uns hier drum. Bedroom Multi. So. Dann müssen wir anfangen, die zuzuweisen. Also hier hätte ich gerne einen meiner Docks drin. Das ist jetzt Estan Utslot. Jetzt mal einen anderen Dock finden. Den da. So. So, jetzt meine ganzen Soldiers und den General finden. Wobei der General, der kriegt ja unten Quarter. So. 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 X-Bow, Dwarvenchild, X-Bow, Dwarvenchild, Soldier, okay, Wreck. Äh, bin ich jetzt an Wreck schon vorbei oder ist, habe ich U-Deal übersehen, so, U-Deal. U-Deal, ja. Rek, Zerrol, Rek, Zerrol, Momus, so. Das war Momus, Edem, ja. Momus, Edem, äh, Ingisch. Da würde ich ziemlich weit runter gehen. Das war jetzt Ingisch, das heißt, Solon fehlt noch, der mit Kumil zusammen ist. So, das heißt, Kumil. Doktore habe ich nur zwei. Doktore habe ich nur zwei. Ah ja, aber ich könnte Messenger hier unterbringen. Also hier habe ich einen Dock, das heißt, hier bringe ich mal unseren Messenger unter. und hier bringe ich jetzt, das war glaube ich, Rek. Ja, Rek hat jetzt kein Quarter mehr, genau. So, und jetzt gucke ich mal kurz mehr hier die Dinger durch. Fischer, Soldier, kann also removed werden. Für jemand anderen, Wax, Worker, Trapper, Farmer, Dyer. Okay, was auch immer du bist, Engineer. Engineer. Aber weißt du was, ich werfe dich einfach auch mal raus. Und wenn, dann kannst du ja wieder ein anderes, das kann ich freigeben. Engineer. Äh, das kann ich freigeben, weil der Messenger hat jetzt oben eins. Stone. X-Bow kann ich freigeben. Warum kann ich auch freigeben? Weapon. Äh, X-Bow. Äh, ja, X-Bow kann ich freigeben. Das kann ich freigeben. Den X-Bow. Bua. Armor. Ja. Bone Letter. Das ist unser Zimmer für mich und unseren General. Kann ich also auch freigeben. Bua. Bone. Wood. Moa. Nein. Nein. X-Bow. Ja. Dock kann ich auch freigeben. X-Bow. X-Bow. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Okay. Und ja, irgendwann muss ich mal mit Gildenhallen dann anfangen als nächstes. Die kommen dann wahrscheinlich hier drüben hin. Werden etwas kleiner als das hier. Oder ich packe sie hier oben drin. Ne, ich packe sie hier drüben hin. Aber jetzt erstmal hier nachgucken. Und natürlich hier alles dumpen. Und natürlich hier alles dumpen. Gut, unser General hat jetzt gerade nichts mehr. Also, wir brauchen zwei Türen. Wir brauchen einen Armour-Stand, ein Weapon-Wack, Throne und Table. Statue, Bookcase, nicht so unbedingt jetzt gerade Bookcases, aber ein Pedestal, einen Koffer und ein Koffer, einen Cabinet. So, auf der anderen Seite brauchen wir ein Bett. Gut. Ach, das hier drüben ist Essen. Hm. Ich finde es lustig, dass die blau blinken, weil sie auch Fischfähigkeiten haben. Denke ich mal, dass sie deswegen blau blinken. Äh, eins, zwei, drei, vier. Hier ist rausgeflogen, weil es hier irgendwo hier unten ist, ja. Das ist auch etwas, was ich schade finde, dass ich die nicht verschieben kann. Also, New Work Detail. Eigentlich hauptsächlich Fishing-related. Dann, und das ist der... Fischer. Und das kriegst du. Und das kriegst du. Und das kriegst du. Du bist bereits Koch. Okay. Köche habe ich... Achso, Klopf bist du. Okay. So, Fischer habe ich zwei. Das heißt, ich sollte mal hier in der Liste... Ähm... Also, du bist Klopf. Und du müsstest auch Klopf sein. Ja, Klopf, also benennen wir dich auch mal nach Klopf um. So, dann gucken wir mal nach unserer neuen Fünf. Das wäre jetzt einmal du. Bist Fisch. Fischer. Sind wir mal so nett. Nennt, nennt ich Fischer. Und dann brauchen wir noch den blauen Fisch-Cleaner. So, auch Fischer. So, die Steine werden gerade weggeschafft. Und bald gibt es auch wieder Seeds zum Brauen. Äh, Plants zum Brauen. Mache ich wieder mal 20 Bone Bowls, weil wir haben gerade sehr viele Knochen. So, wie sieht es hier in unserem Mason aus? Der ist noch beim Arbeiten. So, dann müssen wir hier weggraben als nächstes. Und am besten noch in die andere Richtung. So, dann geht's auch so. Ich bin froh. So, dann geht's auch mal. So, dann geht's auch mal.